Das Babybay Midi ist unser kompaktes und günstigstes Beistellbett im geradlinigen Design. Es lässt sich kinderleicht und ohne Spalt am Elternbett befestigen sowie stufenlos an jede Betthöhe anpassen. Durch diese einzigartige Eigenschaft der Beistellbetten von Babybay ist dein Baby immer ganz nah bei dir und jederzeit komfortabel mit der Hand zu erreichen. Ohne Barriere, ohne Kante und ohne Stufe. So ist die wichtige Nähe zwischen dir und deinem Liebling immer gegeben. Durch die massive Bauweise ist das Beistellbett für die ganze Familie besonders sicher. Das Babybay Midi ist unbehandelt oder weiß lackiert erhältlich. Durch die Belüftung der Liegefläche, die exakt mit unseren Matratzen übereinstimmt, ist jederzeit eine sehr gute Luftzirkulation gegeben. Wusstest du schon, dass dein Babybay mit deinem Liebling mitwächst? Es lässt sich mit wenigen Handgriffen einfach erweitern und verwandeln. Aus diesem Beistellbett machst du ein Handumdrehen, eine Sitzbank oder einen Spieltisch oder mit optionem Zubehör einen Stubenwagen oder einen Laufstall. Und hier sind alle wichtigen Infos zum Babybay. Schauspiel. Schauspiel. Untertitelung des ZDF, 2020